Was halten Sie davon, mit den tausend besten HTL-SchülerInnen aus der Region ein Fest des Wissens zu feiern? Treffen wir uns am Future Convent und betreten wir hier die Brücke in die Zukunft. Wir zeigen Technik mit Zukunft und den angehenden TechnikerInnen die gesellschaftliche Dimension ihres Handelns. SDG heißt bei uns Schulen denken ganzheitlich. SDGs sind die 17 Ziele der UNO für nachhaltige Entwicklung. Internationale, renommierte Vortragende zeigen hier destruktive technische Lösungen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Sie präsentieren bahnbrechende Technologien und Ideen in deutscher und englischer Sprache. Für sie und ihre Schüler ist es eine Exkursion. Für die Welt der Anstoß zur Lösung der großen Probleme. Ihre Klassen nehmen an Vorträgen und Workshops teil. Denn die SchülerInnen von heute werden mit innovativen Technologien die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in Zukunft verwirklichen und mit Technik die Welt verbessern. Bewerben Sie sich jetzt mit Ihren besten Klassen. Kommen Sie mit in die Zukunft und kontaktieren Sie uns. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020